Oh, hey, cool! Das Challenge annimmst du. Ich bin zwar noch kein Topscorer, aber es ist einer meiner riesigen Wünsche. Und für das braucht es harte Arbeit, hartes Training und die Schnelligkeit ist ein riesiger Part. Meine Challenge heisst Stop & Go und für das habe ich sechs persönliche Gegenstände mitgebracht. Die werde ich jetzt zu einem 10 Meter entfernten Punkt bringen. Dabei stoppe ich die Seite und versuche möglichst schnell zu sein. Der erste Gegenstand ist die erste Goldmedaille mit dem EV-Zug. Das ist der Gephut der Gepnacht, in dem wir eine unglaubliche Feier mit unseren Fans zusammen erleben dürfen. Hier ein Böck, ein Stock, einen Schlittschuh und schlussendlich noch am Gymnastikbad. Das Stop & Go ist im Eishockey sehr wichtig. Man kann sich so vom Gegner lösen. Man kann besser in Abschlusspositionen kommen. Und man hat auch mehr Zeit und Platz auf dem Feld. So, jetzt bin ich dran. Achtung, fertig, los! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das hat unglaublich Spass gemacht, ist wirklich streng, die Schnelligkeit ist sehr wichtig, das hilft dir auf dem Eis, jetzt bist du dran, viel Spass!